moin herzlich willkommen zurück zur nächsten folge let's play pure farming 2018 mit eingeschlafene mittelfinger der hier die ganze zeit auf der w-taste liegt schon gar keine koordination mehr in meiner hand so schlimm ist das ja ich bin hier am saatgut ausbringen so wie ich das befürchte muss man eben hier die hand zum spielen wechseln so wie ich das befürchte muss ich auch noch tanken bevor das feld fertig ausgesät ist weil der spritverbrauch doch etwas hoch ist aber das ist ja etwas was in dem patch von letzten freitag behoben ist das problem ist nur diese aufnahme session da ist letzter freitag morgen weil ich bin praktisch diese aufnahme session ist am donnerstag vor dem freitag wo dieser patch veröffentlicht wird deshalb habe ich den hier noch nicht installiert ja wisst ihr schon mal bescheid wir schauen mal was das hier so bringt mal komm mal komm mal komm mal komm echt dann war ich und wir sind immer noch schön haben wir weizen mit euch spielt ihr auch schon pure farming seid ihr genauso begeistert wie ich davon habt ihr irgendwelche lenkräder angeschlossen die funktionieren schreibt doch mal in die kommentare würde mich interessieren weil nur mit tastatur finde ich es echt ein krampf vielleicht ist mir ein game controller cool vielleicht sollte ich mir ein game controller kaufen aber dann kann ich mir auch eine konsole kaufen das ist eigentlich Sinn der sache finde ich dass ich mich schreibe habe da nicht auch schon immer kraft ich bin ja ich bin ja der ich bin ja ich bin ja Vielen Dank. Ja, seht ihr, bald haben wir es doch. So viel ist es doch gar nicht mehr. Nein, wir sind schon bei 76%. Das ist unfassbar. Ah, das war vielleicht ein bisschen früh. Schauen wir mal, auf jeden Fall in dieser Folge hier fertig zu werden. Mal gucken, was dann kommt. Ach, da muss ich das Feld auch noch bewässern. Da muss ich ja wahrscheinlich genauso lange rüberfahren. Also da gucke ich mal, was ich da machen muss. Ob ich das dann wirklich durchziehe? Das weiß ich noch nicht. Zwei oder drei Fahrten noch. Jetzt sind wir hier auch durch. Das weiß ich noch nicht. 8.000 Kilo Weizen zur Kornkammer transportieren. Ja, dazu muss der erst mal gewachsen sein. Voll Honk. Ich muss gleich erst mal tanken. Schon wieder. Ja. 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 Ich habe eine E-Mail bekommen. Wer hätte es gedacht? Erstmal bringe ich hier gleich die Sehmaschine wieder zurück. Und dann tanke ich erstmal. Vielleicht gucke ich mal, was ich dann machen muss. Fertig befüllt. Das ist, wenn man von der Bedienung her im Kopf noch beim LSS ist. Ich kann ja erstmal die E-Mail lesen, was die sagt. Die Felder bewässern. Aber vergiss nicht, dass die richtige Bewässerung der Felder kritisch für die Produktivität ist. Wenn das Wetter mitspielt, werden die Felder auf natürliche Weise bewässert. Du musst dich dann nicht zusätzlich darum kümmern, aber es dauert eine Weile und Niederschlagsmuster können sich jederzeit ändern. Eine Zisterne bietet eine andere Möglichkeit der Bewässerung. Du weißt bereits, wie man sie anschließend füllt. Darum konzentriere ich mich auf die Feldarbeit. Halte am Rand des Feldes an und starte den Springen. Jetzt musst du nur über das gesamte Feld fahren. Na, moin Herrmann. Ich muss jetzt erstmal tanken. Und hier über das gesamte Feld fahren. Es wird schon wieder dunkel. Es geht schon wieder auf den Abi zu. Leute. Ja, ich weiß, dass ich keinen Sprit mehr habe. Was meinst du, warum ich gerade zur Tankstelle fahre? Ja, ich möchte den Benzintank auffüllen. Was meinst du, warum ich zur Tankstelle fahre? Jetzt muss ich erstmal meinen Wassertank holen. Den ich ja bei dem anderen Bauern stehen gelassen habe. phier Mann! Puh. 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 Ja, mal gucken, ob ich den Weg so finde. Achso, da kann man ja auch noch irgendwie, man kann doch hier irgendwie Marker setzen, oder nicht? Genau. So. Ja, das dauert eben alles. So. Hier nicht einfach das Stroh rum, davon wird es auch nicht besser. Komm rumliegen. Da steht meine Zisterne. Ja, so kann man das machen. Ja. 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 Okay. Gucken wir mal. Erstmal hier, oh, Wasserhungern. Entschuldigung. Das zieht sich echt alles hin. Wir fahren auch nicht besonders schnell, weil der Traktor hier zumindest fährt nicht besonders schnell. Da ist die Pumpstation. Ich will mal eben was gucken, jetzt wo ich gerade mal hier bin. Diese Kristalle, kann man die aufsammeln? Bringt das. Oh, so vier gesammelt. Na dann. Einen von hundert. Mensch, aus welchem Spiel kommt mir das denn noch bekannt vor, dass da auch noch ein Stück versteckt sind? Erstmal auffüllen. Ich habe eine E-Mail bekommen. Schatz der Schürfer. Du kannst in ganz montaner Schätze finden, die von den Goldschürmern vor vielen Jahren zurückgelassen wurden. Obwohl diese Schätze vergessen wurden, sind sie immer noch wertvoll. Wir sprechen hier von Edelsteinen. Saphire, die sich in Erdklumpen verbergen. Sammle Saphire, um diese gegen 200.000 Euro einzutauschen. Viel Glück. Kann ich jetzt jeden gegen 200.000 Euro eintauschen? Oder wie ist das? So, ich habe auf jeden Fall jetzt hier erstmal 6.000 Liter Wasser. Nein, wahrscheinlich muss ich alle 100 Stück haben und dann kriege ich 200.000. Was habe ich denn hier für eine Arbeitsbreite und wieso ist das schon wieder so dunkel? Das gibt es doch gar nicht. Das gibt es doch gar nicht. Ich habe nie einen 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 anderen einen Akseln. Aber das dauert genau so lange und seine mit dem die 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 wir Es dauert genauso lange wie dieses dämliche Aussehen. Es dauert genauso lange wie dieses dämliche Aussehen. Vielleicht hat es euch ja ein bisschen gefallen, wenn nicht kann ich das verstehen. Ähm... Ja... Hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Besucht auch meine LS17 Let's Plays, wenn ihr mögt. Besucht mich bei Facebook und auf meiner Website frisenjungen13.de. Ja... In diesem Sinne sage ich dir mal Ciao! 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 Ciao!